Alkohol macht gute Laune. Er schmeckt und berauscht. Alkohol ist Teil unseres Alltags. Das kühle Bier beim Grillen, erprickelnde Sekt an Silvester, das Glas Wein zum romantischen Dinner. Doch was stellt Alkohol mit uns und unserem Körper an? Woher kommt die Lust am Rausch? Diese und andere Fragen beantworten wir heute bei Wieso Plus. Allein in Deutschland trinkt jeder rund 140 Liter alkoholische Getränke. Dazu zählen vor allem Bier, Wein und Schnaps. Alkohol zählt zu den sogenannten Gesellschaftsdrogen und ist bei uns in Deutschland legales Genussmittel. Bier etwa gibt es schon ab 16 Jahren im Supermarkt zu kaufen. Und ist sehr beliebt. Laut deutschem Brauerbund trinkt jeder Deutsche rund 107 Liter im Jahr. Das sind 214 große Flaschen Bier. Die Grundzutaten? Wasser, Hopfen und Malz. Gebraut wird seit 1516 nach dem Reinheitsgebot. Das älteste, noch heute gültige Lebensmittelgesetz der Welt. Es soll Bier unter anderem vor chemischen Zusätzen schützen. Das wollen wir genauer wissen. Hat sich die Qualität von Bier seit dem frühen 16. Jahrhundert wirklich nicht verändert? Unser deutsches Supermarktbier schmeckt zwar fast überall gleich, aber ist es wenigstens nach allen Regeln der Kunst gebraut? Nach dem legendären Reinheitsgebot von 1516, das in so vielen Werbeversprechen von Brauereien beschworen wird? Die Wirklichkeit ist eine Nummer größer und komplizierter als im Jahr 1516. Giganten wie Bitburger brauen 30 Millionen Liter Bier im Monat. Das Bier stammt aus riesigen Sudkesseln mit jeweils über 100.000 Litern. Der gesamte Brauvorgang ist automatisiert. Nur so sind solche Mengen zu schaffen. Gebraut wird hier durchaus noch nach Reinheitsgebot, allerdings nach einer modernen Interpretation. Fakt ist, heute wird in Deutschland kein Bier mehr so gebraut wie im Jahr 1516. Das Reinheitsgebot heißt seit 1993 offiziell Biergesetz. Außer den Grundzutaten, Hopfen, Malz, Wasser und Hefe, erlaubt es inzwischen eine ganze Reihe an Hilfsstoffen. Bei dem Weihnachtsgebot sind keine Hilfsstoffe zugelassen, die im späteren Produkt erscheinen könnten. Allerdings sind einige Hilfsstoffe tatsächlich zugelassen. Eine Kieselgur, ein natürliches Mineral, welches hilft, das Produkt zu filtrieren. Dieser Filtervorgang verleiht dem Bier die klare Farbe. In Zellulose-Schichten werden trübende Partikel aufgefangen. Technische Hilfsstoffe wie das Mineral Kieselgur oder der Kunststoff PVPP perfektionieren den Vorgang. Das Ergebnis ist die goldklare Farbe, die sich auch nach monatelanger Lagerung nicht verändert. Im alten Reinheitsgebot von 1516 ist von so ausgefeilter Technik natürlich noch nicht die Rede. Allerdings sind im fertigen Bier dann weder Kieselgur noch PVPP enthalten. Die kleinen Helfer werden nach ihrem Einsatz einfach wieder herausgefiltert. Modernes Bier ist ein Hightech-Produkt, das dank der Ergänzungen des alten Reinheitsgebots viel länger haltbar ist als vor 500 Jahren und deshalb auch rund um den Globus verkauft werden kann. Für Werbezwecke eignet sich die Tradition von 1516 noch immer prima, aber für gewinnorientierte Großunternehmen ist sie längst mehr Romantik als Realität. Tatsächlich kann mit unserem Bier, ob einheimisch oder importiert, noch viel mehr geschehen sein als nur die raffinierte Filterung. Gesetzlich ist das alles legal. Mit dem Reinheitsgebot von 1516 aber hat das nichts mehr zu tun. Zuckerkouleur zum Beispiel, also das ist ja ein Stoff, der ist bei mir in der Küche verpönt. Aktivkohle, ja, um Geschmacks-, Geruchs- und Farbverbesserungen vorzunehmen, Algenmehl, das ist schon verwunderlich. Hat ein bisschen anscheinend, als ob wir da bedubbt werden sollen, oder? Das Reinheitsgebot ist für die deutsche Bierindustrie trotz allem nützlich, nämlich als Abwehrargument gegen den Import vermeintlichen Chemiebiers aus dem Ausland. Dabei kommen auch im Inland allerlei Helfer zum Einsatz. Sebastian Lege zeigt uns, was längst Alltag ist. Unser deutsches Bier nach deutschem Reinheitsgebot mit Hopfen, Hefe, Malz und Wasser und vieler kleiner Heferlein. Einer unserer kleinen Heferlein ist, Freund, Zucker. Zucker nimmt man nicht nur zum Süßen, sondern auch zum Färben. Kennt jeder aus der berühmten schwarzen Limonade. Aber auch viele, viele andere Lebensmittel werden eingefärbt und das meistens mit Zuckerkouleur. Und den werden wir jetzt herstellen. Für Zuckerkouleur braucht man nur handelsüblichen Zucker und das Natron als Bräunungsbeschleuniger. Dazu kommt noch Essig. Essig reguliert die Süße und hebt die Farbe. Nach wenigen Minuten entsteht ein dunkles Konzentrat. Ein paar Tropfen reichen, um einen ganzen Liter Bier zu färben. Es riecht noch ganz schön nach Essig. Aber unsere Farbe ist schon dunkel. Die letzte Zutat ist ganz normales Wasser. Das Wasser macht es schön dosierbar, damit sich das in unserem Bier auch gleichmäßig verteilt. Bei dunklen Biersorten wie Bock oder Malzbier darf mit Zuckerkouleur nachgeholfen werden. Ganz legal, laut Biergesetz. Mit ein paar Tropfen haben wir aus dem hellen Bier ein dunkles Bier gezaubert, was als Starkbier, Malzbier oder egal welche dunkle Variante jetzt verkauft werden könnte. Prost! Über 60 Hilfsstoffe dürfen trotz Reinheitsgebot beim Brauen eingesetzt werden, solange sie im fertigen Bier nicht mehr auftauchen. In obergärigen Bieren wie Weizen, Alt oder Kölsch sind außerdem Zucker, Farbstoff und Süßstoff erlaubt. Deutsches Bier wird immer noch mit dem Reinheitsgebot von 1516 beworben. Ich würde sagen, das ist sehr geschicktes Marketing. Es dürfen in Deutschland glücklicherweise immer noch keine Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe für Bier verwendet werden. Aber Filterstoffe oder Färben mit Zuckerkouleur ist in Deutschland schon längst Realität. Fazit. Das Reinheitsgebot wird heutzutage unterschiedlich interpretiert. Angebot und Nachfrage leiden darunter nicht. Bis zu 6000 Biersorten werden in Deutschland verkauft. Vom Cola bis zum Starkbier. Allein 2014 wurden hierzulande 9,5 Milliarden Liter Bier gebraut. Übrigens, rund die Hälfte des Bieres, das bei unseren Nachbarn in Frankreich getrunken wird, stammt aus der Grenzregion im Elsass. Hier gibt es die meisten Brauereien. Aber die Franzosen gönnen sich viel lieber einen Aperitif. Alkoholischer Genuss mit Tradition sozusagen. Für viele beginnt ein gutes Essen mit einem Aperitif. Das Wort Aperitif stammt aus dem Lateinischen Aperiere öffnen. Magen öffnen eben. Das Trinken von Spirituosen ist noch gar nicht so lange verbreitet. Über Jahrhunderte diente hochprozentiges ausschließlich medizinischen Zwecken und wurde nur äußerlich angewendet. Der Legende nach soll der Arzt und Tempelritter Villanova aus dem heutigen Spanien ein besonderes Rezept von den Kreuzzügen mit in seine Heimat gebracht haben. Die Araber hatten ihm gezeigt, wie man ein alkoholisches Destillat herstellt und wofür es gut ist. Villanova ist fasziniert von diesem Stoff, denn er hat nicht nur eine heilende, sondern auch eine keimtötende und sogar eine konservierende Wirkung. Anfangs wird die Essenz nur von Ärzten und Apothekern eingesetzt. Meist äußerlich. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein sind Spirituosen kein Genussmittel. Bei den meisten zumindest. Man kann aus allem möglichen Hochprozentiges herstellen. Aus Trauben und Obst, Getreide, Kartoffeln, ja sogar Kräuter. Wenn alles vergoren ist, einfach ab in die Destille. Ich brenne mir hier einen Krapa. Was so kompliziert aussieht, ist im Prinzip ein ganz einfaches Verfahren, bei dem über Erhitzen verschiedene Flüssigkeiten voneinander getrennt werden. Und dann entsteht Alkohol. Nur der Zweck dieses Gebreus, der hat sich heute geändert. Früher wurde Alkohol nach seiner medizinischen Bedeutung benannt. Aquavite, Lebenswasser. Auch die Franzosen haben ihre Obstbrände Ode-Wie genannt. Das Schnapsbrennen mag Europa vom Spanier Villanova gelernt haben. Aber die Franzosen sind es, die auf die Idee kommen, ein Essen mit einem Glas hochprozentigem zu beginnen. Revolutionäre ringen hier Ende des 18. Jahrhunderts die Privilegien des Adels nieder. Der Bourgeois, der Bürger, aber auch das einfache Volk können nach der Französischen Revolution ebenfalls feudale Gelage abhalten. In Paris wird eine neue Verwaltung eingeführt. Ein anderer Rhythmus beherrscht nun den Tag. Der Bürger arbeitet bis in den frühen Abend und verschiebt so die Hauptmahlzeit vom vorrevolutionären Mittagessen zum nachrevolutionären Abendessen. Nach Büroschluss und vor der Abendmahlzeit geht man ins Café auf einen Aperitif. Diese Zeit wird zur Stunde des Müßiggangs und steht bald in ganz Europa für den Beginn des wohlverdienten Feierabends. Ob Pastis oder Campari, Wermut oder Sherry, der Aperitif hat die Gaumen der ganzen Welt erobert. Der Aperitif aus Frankreich, das Bier aus Deutschland. Alkohol ist weltweit beliebt, auch Mischgetränke wie Cocktails. In einem Hotel in Dubai wird übrigens angeblich der teuerste Cocktail der Welt serviert. Knapp 5000 Euro kostet das Edelgetränk, gemixt unter anderem aus über 50 Jahre altem Whisky und Maracuja-Zucker. Aber ganz gleich, ob Edelcocktail, Aperitif oder Billigbier. Alkohol wirkt sich je nach Menge und Qualität auf unseren Körper aus. Was also passiert bei wie viel Promille? Das wollen wir mit diesen beiden herausfinden. Annabelle und Caroline sind ein-eiige Zwillinge. Ideal für den Test geeignet. Dass alles im guten Rahmen bleibt, darauf achtet Sanitäter Tom. Er hat erstmal heißen Glühwein umgefüllt und ihn abkühlen lassen. Jetzt weist er die beiden ein. Wir sind hier heute, um Alkoholmüten zu testen. Haben wir hier das Gerät, womit wir euren Atem Alkohol messen. Denn die Zwillinge nehmen an einem Versuch teil, der testen soll, was bei wie viel Promille passiert. Für die exakte Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist eins besonders wichtig. Und was habt ihr heute gegessen? Ungefähr das gleiche, damit die Grundlagen stimmen? Ja, wir essen eigentlich immer das gleiche. Steht im Versuch also nicht zum Weg. Erster Test. Wirkt warmer Alkohol wirklich schneller als kalter? Dazu gibt es heißen und kalten Glühwein. Beide haben mit zehn Prozent den exakt gleichen Alkoholgehalt. Status. Die Zeit läuft. Jeder Trinkzyklus soll etwa eine Stunde dauern. In dieser Zeit wird Tom immer wieder den Pegel kontrollieren. Uiuiui, man merkt es auf jeden Fall. Bei Annabelle zeigt sich die erste Wirkung. Circa 30 Minuten nach dem Trinken ist der Alkoholpegel am höchsten. Jetzt wird gemessen. Als erstes pustet Annabelle. 0,15 Promille. Nun ist Schwester Caroline dran. Sie hatte nur den kalten Glühwein. 0,14. Kaum ein Unterschied. Obwohl es oft heißt, dass durch den warmen Glühwein die Magendurchblutung angeregt wird, was die Alkoholaufnahme ins Blut fördert. Zu den anderen Tests geht es in einen Club mitten in Berlin. Annabelle und Caroline sind gut drauf. Ihr Pegel liegt noch unter 0,3 Promille. Die meisten empfinden diesen Zustand als sehr angenehm. Auf die beiden wartet nun ein Mai Tai, gemixt aus Rum, Brandy, Ananassaft und Mandelsirup. Alkoholgehalt um die 25 Prozent. Getrunken wird aber unterschiedlich. Annabelle mit der Halskette hat einen Strohhalm, Schwester Caroline nicht. Die Frage, wird man mit Strohhalm schneller betrunken? Die Zwillinge spüren nach dem Cocktail ein Glücksgefühl. Kein Wunder, mit dem Alkohol gelangen auch Endorphine ins Blut. Nach einer halben Stunde wird gemessen. Annabelle, die mit Strohhalm getrunken hat, beginnt. 0,92 Promille, gut 0,8 mehr als vor dem Cocktail. Bei Caroline ist der Anstieg fast der gleiche. Strohhalm oder nicht, das macht keinen Unterschied. Klar ist, die Partylaune steigt ab jetzt immer mehr. Und bei einem Pegel von fast einem Promille verändert sich noch anderes. Man sieht plötzlich verschwommen und schwankt. Eine Spezialbrille simuliert diesen Ein-Promille-Blick. Die Gründe, das Gleichgewichtsgefühl lässt deutlich nach. Bewegungsabläufe und Koordinationsvermögen sind gestört. Auch das Gesichtsfeld und das Sehvermögen sind eingeschränkt. Umso sinnvoller, dass Autofahren schon ab 0,5 Promille bei uns verboten ist. Trotzdem schätzen viele ihre Fahrtüchtigkeit falsch ein. Ob da eine ordentliche Grundlage helfen könnte, den Alkoholpegel zu senken? Das soll nun mit den Zwillingen getestet werden. Vorher müssen beide nochmal pusten. Wenn du ja mehr Alkohol hattest jetzt vom Messen her, bekommst deine Schwester den Salat und du darfst dir den Burger schmecken lassen. Mit den Formeln. Annabelle freut sich. Kein Wunder, Alkohol entzieht dem Körper Wasser und damit Salz. Und das macht Lust auf stark gewürztes Fastfood. Wieder ist es Zeit für eine Messung. Der Pegel sinkt bei beiden gleich, auf den schon getrunkenen Alkohol scheint das Essen also keine Auswirkungen zu haben. Doch die Nacht geht ja noch weiter. Vorhang auf für den Gin Tonic, ein klassischer Longdrink. Alkoholgehalt pro Glas etwa 10,5 Prozent. Allmählich kann es kritisch werden. Ab 1,5 Promille ist der Rausch schon stark spürbar. Der Schwindel wird stärker, später drohen Erbrechen und Kontrollverlust. Umso erstaunlicher die Regelung zum Fahrradfahren bei uns in Deutschland. Bis zu 1,6 Promille gehen Radler straffrei aus, solange sie keinen Unfall bauen. Doch mit einer so hohen Konzentration an Alkohol im Blut kann eigentlich niemand mehr sicher auf zwei Rädern unterwegs sein. Zurück im Club. Die Zwillinge genießen ihren Gin Tonic. Stellt sich nun die Frage nach der Essensgrundlage. Eine halbe Stunde später wird gemessen. Tatsächlich scheint das fette Essen bei Annabelle gewirkt zu haben. Ihr Wert ist sogar niedriger als nach dem Cocktail. Und bei ihrer Schwester? Glaubt ihr höher? Caroline liegt richtig. Sie hat knapp 0,25 Promille mehr als ihre Schwester. Um erst gar nicht so betrunken zu werden, trickst sich mancher ganz bewusst selbst aus. Ab und zu mal ein Drink, aber zu nüssen Wasser ist super. Jetzt soll Caroline einfach mal probieren, ob Wasser auch nachträglich helfen kann. So unwahrscheinlich das ist. Einige Zeit später. Im Vergleich zu ihrer Schwester, die zuvor sehr fett gegessen hat, zeigt das Messgerät bei Caroline jetzt nach wie vor mehr an. Dein Bege ist jetzt nun doch ein bisschen höher. Und ich würde sagen, geh einfach mal ein bisschen kassen. Dass nämlich Bewegung hilft, den Alkohol irgendwie zu verbrennen und etwas nüchterner zu werden, ist eine weit verbreitete Ansicht. Zeit für die letzte Messung an diesem Abend. Für Caroline kein gutes Ergebnis. Und jetzt ist auch genug. Zudem hat die Müdigkeit die beiden Zwillinge eingeholt. Dafür heißt das Rezept Schlafen. Aber auf keinen Fall Autofahren. Denn fast 14.000 Unfälle passieren unter Alkoholeinfluss in Deutschland jedes Jahr. 2014 sind dabei 314 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem Junge, die sich Autofahrer unterschätzen die Wirkung von Alkohol und überschätzen sich damit selbst. Wie viel Bier ist fürs Autofahren unbedenklich? Ab wann leiden Reaktionsvermögen und Konzentration? Und vertragen manche wirklich mehr als andere? Ja, wir testen eigentlich erst einmal so die klassische Variante, die wir immer beim Autofahren haben. Das ist mal nur lenken. Und wir werden dazu einen kleinen Salon-Parcours mitnutzen und schauen dann auch das Reaktionsvermögen der Teilnehmer einfach mal an, indem wir sie wirklich mal reagieren lassen auf ein Auftretendes Hindernis, ohne dass wir vorher dazu haben. Aber eigentlich muss man es sagen. Unsere drei Tester sind Nora, 22, Alex, 26 und Tobias, 19. Als junge Erwachsene gehören sie zu der Zielgruppe, die von den Brauereien besonders stark umworben wird. Unseren Parcours fahren sie zuerst nüchtern. Los geht's mit Slalom. Alle drei sind geübte Autofahrer und meistern die Aufgabe ganz mühelos. Als nächstes die Fahrt über eine nasse Fahrbahn. Dabei wird die Reaktionsgeschwindigkeit getestet. An verschiedenen Positionen klappt ein Hindernis auf, das umfahren werden muss. Auch das schaffen unsere drei. Nüchtern, ohne Probleme. Als nächstes sollen Nora, Tobias und Alex so viel Bier trinken, wie sie selbst meinen zu vertragen. Also eine Situation, wie sie abends in der Kneipe nicht ungewöhnlich ist. Ihr Limit glauben alle drei ganz gut zu kennen. Ich bin ja Studentin und da gehört Bier ja quasi als Grundnahrungsmittel dazu. Ich trinke in der Woche zwei bis drei Mal ein Bier oder dann am Wochenende zum Weggehen, so zum, wie sagen wir, Vorglühen. Meistens trinke ich so nebenbei zum Fußballschauen oder vielleicht im Sommer zum Grillen. Also zweite Runde. Nach wie viel Bier trauen sich Nora, Alex und Tobias noch zu, das Auto sicher zu lenken? Alle drei glauben, nach drei Bier geht noch alles. Mir geht's noch ganz gut und ich kann immer noch einigermaßen ganz gut Auto fahren. Ich würde noch um die Hüten rumfahren können. Würde ich noch schaffen. Wie viel Promille sind drei Bier? Das wird Dr. Florian Mayer jetzt für uns messen. Als Notfallmediziner ist er spezialisiert auf die Wirkung von Alkohol. Wie fühlt's euch? Ganz gut. Ganz gut? Ganz gut. Als erstes ist Nora dran. Dr. Mayer misst den Promillewert in der Atemluft. Mal zwei gerechnet, entspricht das dem Promillewert im Blut. Das wären 0,92 Promille. Okay. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass es so viel ist. Nach drei Bier, also... Ja. Knapp ein Promille nach drei Bier. Und das, obwohl im Bier doch eigentlich nur 5% Alkohol sind. Bier hat halt relativ wenig Alkohol mit seinen 5%. Andere Getränke wie Wein mit 10% oder dann Schnaps mit 40% haben einfach eine deutlich höhere Alkoholkonzentration. Aber Alkohol ist Alkohol. Und es kommt einfach wirklich nur auf die Menge drauf an. Bier wird in der Regel in größeren Mengen als Wein getrunken. In ein Bierglas passt ein halber Liter, in ein Weinglas nur 0,2. In beiden stecken jeweils 20 Gramm Alkohol. Drei Bier hört sich nicht viel an, entspricht aber 60 Gramm reinen Alkohols. Macht sich das bei Noras Fahrvermögen bemerkbar? Eindeutig mutiger. Nora war sicher, den Slalom auch mit drei Bierintus sicher fahren zu können. Das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich steigt schon bei einem Promillewert von 0,8 das Unfallrisiko ums Vierfache. Alex und Tobias haben nur ein Drittel der Promillezahl von Nora, obwohl alle gleich viel getrunken haben. 0,17, das macht also 0,34 Promille. Oh, wie gemein! Dank ihres Gewichts und ihrer Körpergröße haben die Männer deutlich weniger Promille als Nora. Aber auch sie haben 60 Gramm Alkohol im Blut. Auch mit nur 0,3 Promille fährt Alex unkonzentriert. Was vorher noch leicht ging, ist mit drei Bier auch für ihn eine Herausforderung. Das wär's gewesen. Boom! Fuck! Jetzt hat er so den klassischen Überraschungsmoment mit erlebt. Kommt's vollkommen unerwartet und überraschend, bleibt er letzten Endes auch hier auf der Strecke. Selbst mit dem, in Anführungszeichen, geringen Promillegehalt, den er hat. Ähnlich geht es auch Tobias. Weniger Promille als Nora, aber am Steuer genauso unsicher. Bier am Steuer gilt als besonders gefährlich, weil es oft unterschätzt wird. Es gibt den Spruch, Bier gilt als Grundnahrungsmittel. Und ich denke, genauso ist die Wahrnehmung. Beispielsweise, selbst wenn ich meine Patienten irgendwo frage, wie sieht's mit Alkoholkonsum aus, dann wird gesagt, meine Bier trinke ich schon, aber keinen harten Alkohol. Also es wird da in der Bevölkerung sehr wohl ein Unterschied gemacht. Bier ist zwar Alkohol, aber das gehört irgendwo mit dazu. Und da sehe ich eigentlich das Risiko des Bieres. Auch unsere drei Tester haben die Wirkung falsch eingeschätzt. Alkohol wird zwar schnell aufgenommen, aber langsam abgebaut. Die Faustregel, nur 0,1 Promille pro Stunde. Und wer trotzdem mit 0,5 Promille am Steuer erwischt wird, muss in Deutschland 500 Euro Strafe bezahlen, bekommt vier Punkte und einen Monat Fahrverbot. Ähnlich werden auch Alkoholsünder in den Niederlanden bestraft. Seit 2011 gibt es dort aber auch noch eine weitere Kontrollmöglichkeit, Alkoholaktive Erst- und Wiederholungstäter besser stoppen zu können. Alkoholkontrolle in den Niederlanden. Für die meisten geht es gut. Aber im Schnitt ist einer von 100 Fahrern betrunken unterwegs. Das ist bei unserem europäischen Nachbarn nicht anders als hierzulande. Doch seit 2011 können holländische Trunkenbolde bei 1,3 Promille wählen, ob sie fünf Jahre ihren Führerschein abgeben oder sich in ihren Wagen ein solches Alkoholschloss einbauen lassen. Das sieht aus wie ein Handy, ist aber eine Wegfahrsperre. Robert Denbave von einem Hersteller dieser Schlösser genehmigt sich einen Schluck. Und schon der reicht. Denn wer fahren will, muss erst pusten. Bei der geringsten Menge Alkohol kann man den Wagen nicht mehr starten. Aber man könnte ja tricksen. Man kann versuchen, das Gerät zu überlisten. Bevor man trinkt, einen Luftballon füllen und den später ans Gerät halten oder mit einer Luftpumpe. Aber das Gerät erkennt dann, dass es sich um keinen natürlichen Atemfluss handelt. Eine Möglichkeit bleibt. Jemand anderes pustet vor dem Start. Allerdings muss er dann auch mitfahren. Denn dreimal pro Stunde muss dann unterwegs geblasen werden. Um die 2000 Euro kostet das Alkoholschloss. Zwei Jahre bleibt es ein ständiger Begleiter. Deutschlands mächtige Automobilclubs sind skeptisch. So lehnt der ADAC den Einbau solcher Schlösser ab. Sein Argument? Solche Geräte können Alkoholfahrten nur technisch erschweren, aber nicht verhindern. Ein Umstand, den man auch beim kleineren ACV in Köln ähnlich sieht. Allein auf Technik will man sich hier nicht verlassen. Wir setzen eher auf das Thema Einsicht und möchten an der Stelle vielleicht nochmal die Promillegrenze als Diskussion in den Raum werfen, was mit Sicherheit nachhaltiger wäre. Promillegrenze dann wie hoch? Das ist wirklich ein heißes Thema. Der ACV hat zum Thema Promillegrenze bei den Radfahrern 1,1 Promille empfohlen. Bei den Autofahrern sollte es auch weiter abgesenkt werden. Ob es wirklich Null sein sollte, was aus unserer Sicht die klarste Ansage für den Autofahrer ist, bleibt zu diskutieren. Mit dem Alkoholschloss hat die niederländische Polizei gute Erfahrungen gemacht. Zehn bis zwölf Bier, das kann für 1,3 Promille reichen. Fünf Jahre ohne Führerschein oder das Schloss. In Holland können sich Alkoholsünder im Sinne von Gnade vor Recht entscheiden. Menschen aber, die aufgrund ihres Jobs auf den Führerschein angewiesen sind, haben so weiter die Möglichkeit, ihrer Arbeit nachzugehen. Bislang hätten sie sofort ihren Führerschein verloren. Und dadurch manchmal ihre gesamte Existenz. Das holländische Modell soll nun in Deutschland in einem Pilotprojekt getestet werden. Erste Studien in Holland haben gezeigt, dass bis zu 95 Prozent aller Alkoholsünder mit einem Schloss nur noch trocken fuhren. Die beste aller Regeln lautet Don't Drink and Drive. Für Fruchtsäfte gilt die nicht. Denn ob sie es glauben oder nicht, auch Säfte enthalten minimal Alkohol. Das hat was mit natürlichen Gärprozessen zu tun. Denn was viele von uns nicht wissen, oft versteckt sich Alkohol in vielen Lebensmitteln. Wie gefährlich das sein kann, weiß Wiebke Schneider. Als trockene Alkoholikerin warnt sie vor vielen Produkten. Viele Nahrungsmittel enthalten Alkohol als Geschmacksverfeinerer. In der Zutatenliste versteckt er sich oft hinter folgenden Bezeichnungen. Ethyl Alkohol, Ethanol, Weingeist, Spiritus oder Methanol. Selbst sogenannte alkoholfreie Produkte sind oft nicht ganz alkoholfrei. Für einen trockenen Alkoholiker sind zum Beispiel viele alkoholfreie Biere tabu. Und das nicht nur wegen dem Alkohol darin. Problematisch daran ist, dass es erstens Bier heißt, dass es zweitens den Bier Geschmack hat und damit drittens die Erwartung, auch die berauschende Erwartung weckt. Aber nicht nur Alkoholiker. Auch Kinder sind durch Alkohol in Lebensmitteln immer wieder gefährdet. Denn Produkte wie Malzbier, Weingummi, Weichkäse, Marmelade, Kuchen und Torte oder Eisbecher können ebenfalls Alkohol enthalten. Beim Einkauf und Essen außer Haus hilft neben viel Erfahrung der kritische Blick aufs Kleingedruckte und im Zweifelsfall die Devise immer der Nase nach. Ob Kinder durch geringe Mengen Alkohol, zum Beispiel in Kuchen, tatsächlich gefährdet sind, das ist nicht hinreichend geklärt. Forscher vermuten aber, dass die Hemmschwelle sinkt, richtigen Alkohol auszuprobieren. Nicht ohne Folgen. Denn gewöhnen sich Kinder zu früh an Alkohol, kann sich das Risiko einer Abhängigkeit erhöhen. Doch egal, ob jung oder alt, durch Alkohol kann sich die Hirnstruktur verändern. Anfangs verdrängte er das Problem. Doch irgendwann kam der Punkt, als es nicht mehr ging. Sein Verhalten veränderte sich. Ein Zeichen auch für Veränderungen im Gehirn. Ich habe für viele Sachen, die mir früher ganz leicht gefallen sind, einfach länger gebraucht. Er begann eine Therapie, die bis heute erfolgreich ist. Regelmäßig kommt Heinz Fritz zur Kontrolle ins Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Der Suchttherapeut Dr. Wolfgang Sommer ist auch Forscher. Ihn interessiert die Frage, wie es zu solchen Verhaltensänderungen im Gehirn kommt. Der Bereich, in dem die Veränderungen stattfinden, liegt im sogenannten präfrontalen Kortex, dem Stirnhirn. Dieser Bereich ist für Planung und Strategie zuständig. Und hier liegen bei Alkoholikern die Defizite. Eines der Defizite lässt sich zum Beispiel mit einem einfachen Kartensortiertest nachweisen. Heinz Fritz soll eine neue Karte nach Farbe, Form oder Anzahl zuordnen. Nach kurzer Zeit hat man die Regeln gelernt und sortiert sicher die Karten auf das richtige Feld. Doch unerwartet ändert sich die Sortierregel und das Ergebnis wird falsch. Die Wissenschaftler interessiert, wie der Proband jetzt reagiert. Ändere ich jetzt meine Strategie, um eine Lösung herbeizuführen oder versuche ich es nochmal? Und wenn ich beim zweiten Versuch wieder eine negative Rückmeldung bekomme, versuche ich es dann nochmal? Akute Alkoholiker brauchen deutlich länger, um ihre Strategie zu ändern. Bei Heinz Fritz hat sich nach einem halben Jahr das Gehirn schon wieder erholt. Man sieht, dass ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit wiederhergestellt ist. Ja, ich hoffe es geht weiter so und wir sehen uns in einem Vierteljahr wieder. Wie Alkohol konkret das Gehirn verändert, konnten Wolfgang Sommer und sein Team erstmals im Tierversuch sichtbar machen. Dies sind Nervenzellen einer gesunden Ratte in 600-facher Vergrößerung. Spezielle Signalneuronen, die hellgelben Punkte hier, werden aktiv, wenn sich für die Ratte die Futtersuche nicht mehr lohnt und abgebrochen werden sollte. Bei alkoholkranken Ratten sind deutlich weniger dieser Neuronen vorhanden. Die Tiere suchten erfolglos weiter. Auch die biochemische Ursache dafür haben die Forscher gefunden. Sie konnten nachweisen, dass an den Nervenenden die Signalübertragung durch den Botenstoff Glutamat gestört ist. Er wird nicht richtig abgebaut und sammelt sich an. Dieses Glutamat-Überangebot führt zu Umbauprozessen im Gehirn, die, wie wir kürzlich in experimentellen Studien gezeigt haben, auch sehr langfristig sein können. Erst nach Monaten der Abstinenz sind die Störungen bei Ratte und Mensch wieder repariert. Trotzdem bleibt die Gefahr eines Rückfalls extrem hoch. Es ist auch durchaus nicht ungewöhnlich, dass Patienten nach 20 Jahren wieder einen Rückfall bekommen und in sehr kurzer Zeit wieder in ihr früheres Suchtkonsumtionsmuster zurückverfallen. Einmalsüchtig, immer süchtig. Aber warum ist Sucht so tief im Gehirn verwurzelt? Wenn man in geselliger Runde Spaß hat, wird oft getrunken. Dabei ist Alkohol nicht unbedingt die Ursache für den Spaß. Doch durch das zeitgleiche Vorkommen lernt unser Gehirn sehr schnell einen Zusammenhang herzustellen. Es bilden sich entsprechende Leitungsbahnen. Vergleichbar mit dem Schienennetz. Je öfter die Gleise benutzt werden, desto besser werden sie ausgebaut. Neue neuronale Verbindungen entstehen. Einmal gebildete Verknüpfungen im Langzeitgedächtnis bleiben bestehen. Gelernt ist gelernt. Damit die falschen Gleise nicht mehr befahren werden, kann man sie außer Betrieb nehmen. Das Gelernte kann verblassen, aber es lässt sich immer wieder aktivieren. Deshalb ist es so schwer, trocken zu bleiben. Das Gläschen zum Genuss, eine Gefahr. Eine tödliche Gefahr. Jahrelanges Trinken von Alkohol schädigt nachweisbar Organe wie Leber, Herz und Gehirn. Außerdem kann sich das Verhalten im täglichen Miteinander ändern. Aggressivität, Misstrauen und Empfindlichkeit gegen Kritik können Anzeichen einer Alkoholsucht sein. Doch die meisten wollen das nicht wahrhaben. Die Abhängigkeit beginnt immer schleichend. Die Anfänge meiner Alkoholabhängigkeit haben sicher auch mit einer Form von Genusssucht zu tun. Und ich dachte, sterben tust du noch früh genug. Der Alkohol war für mich Alltag ein Bestandteil meines Lebens. Ihr Wein war immer dabei bei vielen Gelegenheiten und das war ganz normal. Zwei Männer, ein Problem. Beide erfolgreich, beide auf der Überholspur, beide tranken zu viel. Bernd Trenhardt, 58, der Bruder von der Hochsprunglegende Carlo Trenhardt. Ein Filmproduzent, gut bezahlt und immer unterwegs. Horst Arnold, 52, jetzt Landtagsabgeordneter in Bayern, war Richter und Staatsanwalt, verurteilte damals viele Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer. Und sein eigener Konsum? Es waren mindestens ein bis zwei Rosé-Flaschen, wenn man das mal so auf die Einheit hochrechnet, am Tag. Zum Schluss, das heißt zum Schluss in den Jahren wecken oftmals auch mehr. Das muss man so deutlich sagen. Schonungsloses Bekenntnis von beiden. Also war das so das Frühstück, die Frühstücksportionen, die zwei um den Tag zu starten. Wenn man das noch nicht mal schafft mit dieser Flasche Cognac oder Schnaps nach Hause, sondern gleich hinter der Tankstelle da, wo andere Leute urinieren, sich da hinstellt und die Flasche erstmal halb leer trinkt, um überhaupt wieder halbwegs zu funktionieren. Angefangen hat es bei beiden wie bei so vielen anderen auch. Ein schleichender Prozess über viele Jahre. Die Stimmung ist gut, hier ein Schlückchen, dort ein Schlückchen. Alkohol, die legale Volksdroge Nummer eins. Gesellschaftsfähig und unser ständiger Begleiter. Wird sie unterschätzt? Ja, der Begriff Droge ist eh schon schwierig für viele. In der Öffentlichkeit ist Alkohol ein Genussmittel, ein harmloses Getränk für viele. Die Hauptgefahr ist, dass der Konsum recht lange kontrolliert funktioniert und irgendwann mal eine eigene Dynamik bekommen kann. Wie bei Horst Arnold. Grill- und Volksfeste, Sektempfänge, Stammtische. Für einen Politiker ein Muss. Der Kontakt zu den Menschen für ihn wichtig und Alkohol immer mit im Spiel. Wenn der Alkohol mehr oder weniger regiert, dann ist ja auch eine gewisse Lockerheit, eine andere Ebene der Kommunikation feststellbar. Und das war mir offensichtlich gerade recht. Und dann ist es auch immer wichtig, das Maß zu finden. Und das hat sich im Laufe der Zeit verschoben. Bis zu dem Punkt, wo ich es eigentlich dann, man muss sagen, zwar geahnt habe, aber nicht wahrnehmen wollte, dass das Maß überschritten ist. Sich einzugestehen, abhängig zu sein, meist ein langer, schmerzvoller Weg, auch bei Bernd Reinhardt. Es fing alles mit ausschweifenden Partys an, immer unter Strom, immer ein paar Gläser zu viel. In meinem Fall hat es sicher auch etwas mit Hochmut zu tun gehabt, dass ich gedacht habe, ich kann alles schaffen und immer noch einen draufsetzen. Ich denke, dass ich 1997, 1998 wusste, ich bin Alkoholiker, aber es immer noch nicht wahrhaben wollte. In Deutschland sterben jährlich 74.000 Menschen an den Folgen der Alkoholsucht. 2,5 Millionen sind abhängig. Also die Abhängigkeit erkennt man da dran, dass es einem immer schwerer fällt, auf diese Substanz oder diese Einnahme, diesen Konsum zu verzichten. Das merkt man selber oder man wird von anderen darauf hingewiesen, dass man zu unüblichen Zeiten konsumiert, dass man viel mehr konsumiert, als man früher konsumiert hat, dass man, wenn man nicht konsumiert, unwirscht, zerknirscht, gereizt wird und den Konsum sozusagen wieder braucht. Bernd Trenhardt hat drei gescheiterte Entziehungskuren hinter sich. Erst eine Selbsthilfegruppe bringt die Wende. Seit 13 Jahren ist er nun trocken. Ich war sehr vorurteilsbeladen Selbsthilfegruppen gegenüber. Ich habe das nur so aus den Filmen gekannt. In Amerika, da sitzen dann die Leute und ich fand das eigentlich eher Almer und das hat mir das Leben gerettet. Horst Arnold hat den Weg aus der Sucht ohne fremde Hilfe geschafft. Als er erkennt, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat und seine Karriere auf dem Spiel steht, zieht er die Notbremse, bekönnt sich öffentlich zu dieser Krankheit. Es ist bei mir ohne Therapie gegangen, weil ich mal davon ausgehe, dass der Grad der Krankheit nicht so massiv war und aber auch der persönliche Willen so stark ausgeprägt war, das entsprechend wirklich umzulegen und anders zu machen. Bis dorthin waren viele Prozesse im Laufen. Diskussionen, ja, kritische Situationen auch im privaten Umfeld. Für beide Männer stand viel auf dem Spiel. Der Alkohol hätte fast alles zerstört. Aber sie haben es geschafft, trinken nun keinen Tropfen mehr. Unter den 18- bis 64-jährigen Deutschen sind 1,3 Millionen alkoholabhängig. Weitere 2 Millionen trinken Bier, Wein und Schnaps in gesundheitsschädlicher Menge. Experten schätzen, dass insgesamt 10 Millionen Deutsche durch Alkohol gefährdet sind. Bundesweite Aufklärungskampagnen sollen daher über die Gefahren von Alkohol informieren. Motto? Je früher, desto besser. Na, aber Moment mal. Ist Cocktailmixen eine gute Idee, um Jugendliche vom Alkohol abzuhalten? Klar, denn Kevin und seine Freunde mixen nur Cocktails ohne Alkohol. Das ist eine Virgin-Conada. Das ist die alkoholfreie Version von der Pina-Conada. Und wie kommen Kevins Cocktails an? Ich schmecke es. Alkoholfreie. Süßlich, weil er Zucker reingemacht wurde. Es geht aber nicht nur ums Cocktailmixen. Wir wollen eigentlich Jugendliche darauf ansprechen, dass Alkohol mehr oder weniger schlecht ist. Wir wollen, weil Jugendliche ja auch mehr auf Jugendliche hören, anstatt auf Erwachsene. Deshalb klären Kevin und seine Freunde die anderen Jugendlichen über die Gefahren von Alkohol auf. Bei den Vorbereitungen dazu hat Kevin auch selbst noch viel gelernt. Was ich am erschreckendsten fand, wenn man wirklich zu viel Alkohol trinkt, ist dann der komplette Körper beschädigt wird. Nicht nur die Leber und das Gehirn. Kevin ist 16. Er darf also schon Bier, Wein und Sekt trinken. Aber... Vorgenommen habe ich mir eigentlich, wenn ich wirklich mal was trinken sollte, nur wenig. Trinkt man zu viel Alkohol, wird man betrunken. Auch das zeigt Kevin den Jugendlichen. Mit dieser speziellen Brille sieht man so wie ein Betrunkener. Die Jugendlichen sollen dann versuchen, Bälle in einen Eimer zu werfen. Gar nicht so einfach. Denn wenn man betrunken ist, sieht man alles unscharf, verschwommen und teilweise doppelt. Ich wusste schon, dass es als Betrunkener schon ein bisschen komisch ist, aber dass es jetzt so ist, das wusste ich echt nicht. Versuch mal den Deckel aufzunehmen. Auch ganz einfache Dinge sind betrunken ziemlich schwierig. Man denkt, man will es dir. Am Ende des Tages hat Kevin vielen Jugendlichen etwas über Alkohol beigebracht. Darauf wird angestoßen. Natürlich alkoholfrei. Halten wir fest. Alkohol schmeckt. Alkohol berauscht und ist für viele ein fester Begleiter im Alltag. Doch der Konsum von Alkohol wirkt sich auf unseren gesamten Körper aus. Genießen ja, aber mit Vorsicht und in Maßen. Die Faustregel? Männer sollten täglich nicht mehr als einen halben Liter Bier trinken. Frauen am besten nur die Hälfte. Prost! Strohhalm oder nicht, das macht keinen Unterschied. Klar ist, die Partylaune steigt ab jetzt immer mehr. Und bei einem Pegel von fast einem Promille verändert sich noch anderes. Man sieht plötzlich verschwommen und schwankt. Eine Spezialbrille simuliert diesen Ein-Promille-Blick. Die Gründe, das Gleichgewichtsgefühl lässt deutlich nach. Bewegungsabläufe und Koordinationsvermögen sind gestört. Auch das Gesichtsfeld und das Sehvermögen sind eingeschränkt. Umso sinnvoller, dass Autofahren schon ab 0,5 Promille bei uns verboten ist. Trotzdem schätzen viele ihre Fahrtüchtigkeit falsch ein. Ob da eine ordentliche Grundlage helfen könnte, den Alkoholpegel zu senken? Das soll nun mit den Zwillingen getestet werden. Vorher müssen beide nochmal pusten. Annabelle freut sich. Kein Wunder, Alkohol entzieht dem Körper Wasser und damit Salz. Und das macht Lust auf stark gewürztes Fastfood. Wieder ist es Zeit für eine Messung. Der Pegel sinkt bei beiden gleich. Auf den schon getrunkenen Alkohol scheint das Essen also keine Auswirkungen zu haben. Doch die Nacht geht ja noch weiter. Vorhang auf für den Gin Tonic. Ein klassischer Longdrink. Alkoholgehalt pro Glas etwa 10,5 Prozent. Allmählich kann es kritisch werden. Ab 1,5 Promille ist der Rausch schon stark spürbar. Der Schwindel wird stärker, später drohen Erbrechen und Kontrollverlust. Umso erstaunlicher die Regelung zum Fahrradfahren bei uns in Deutschland. Bis zu 1,6 Promille gehen Radler straffrei aus, solange sie keinen Unfall bauen. Doch mit einer so hohen Konzentration an Alkohol im Blut kann eigentlich niemand mehr sicher auf zwei Rädern unterwegs sein. Zurück im Club. Die Zwillinge genießen ihren Gin Tonic. Stellt sich nun die Frage nach der Essensgrundlage. Eine halbe Stunde später wird gemessen. Tatsächlich scheint das fette Essen bei Annabelle gewirkt zu haben. Ihr Wert ist sogar niedriger als nach dem Cocktail. Und bei ihrer Schwester? Glaubt ihr, höher? Caroline liegt richtig. Sie hat knapp 0,25 Promille mehr als ihre Schwester. Um erst gar nicht so betrunken zu werden, trickst sich mancher ganz bewusst selbst aus. Ab und zu mal ein Drink, aber zu nützend Wasser ist super. Jetzt soll Caroline einfach mal probieren, ob Wasser auch nachträglich helfen kann. So unwahrscheinlich das ist. Einige Zeit später. Im Vergleich zu ihrer Schwester, die zuvor sehr fett gegessen hat, zeigt das Messgerät bei Caroline jetzt nach wie vor mehr an. Erscheinen könnten. Allerdings sind einige Hilfsstoffe tatsächlich zugelassen. Eine Kieselgur, ein natürliches Mineral, welches hilft, das Produkt zu filtrieren. Dieser Filtervorgang verleiht dem Bier die klare Farbe. In Zellulose-Schichten werden trübende Partikel aufgefangen. Technische Hilfsstoffe, wie das Mineral Kieselgur oder der Kunststoff PVPP, perfektionieren den Vorgang. Das Ergebnis ist die goldklare Farbe, die sich auch nach monatelanger Lagerung nicht verändert. Im alten Reinheitsgebot von 1516 ist von so ausgefeilter Technik natürlich noch nicht die Rede. Allerdings sind im fertigen Bier dann weder Kieselgur noch PVPP enthalten. Die kleinen Helfer werden nach ihrem Einsatz einfach wieder herausgefiltert. Modernes Bier ist ein Hightech-Produkt, das dank der Ergänzungen des alten Reinheitsgebots viel länger haltbar ist als vor 500 Jahren. Und deshalb auch rund um den Globus verkauft werden kann. Für Werbezwecke eignet sich die Tradition von 1516 noch immer prima. Aber für gewinnorientierte Großunternehmen ist sie längst mehr Romantik als Realität. Tatsächlich kann mit unserem Bier, ob einheimisch oder importiert, noch viel mehr geschehen sein als nur die raffinierte Filterung. Gesetzlich ist das alles legal. Mit dem Reinheitsgebot von 1516 aber hat das nichts mehr zu tun. Zuckerkouleur zum Beispiel. Also das ist ja ein Stoff, der ist bei mir in der Küche verpönt. Aktivkohle, ja, um Geschmacks-, Geruchs- und Farbverbesserungen vorzunehmen. Algenmehl, das ist schon verwunderlich. Hat ein bisschen anscheinend, als ob wir da bedubbt werden sollen, oder? Das Reinheitsgebot ist für die deutsche Bierindustrie trotz allem nützlich. Nämlich als Abwehrargument gegen den Import vermeintlichen Chemiebiers aus dem Ausland. Dabei kommen auch im Inland allerlei Helfer zum Einsatz. Sebastian Lege zeigt uns, was längst Alltag ist. Unser deutsches Bier nach deutschem Reinheitsgebot mit Hopfen, Hefe, Malz und Wasser und vieler kleiner Heferlein. Einer unserer kleinen Heferlein ist, Freund, Zucker. Zucker nimmt man nicht nur zum Süßen, sondern auch zum Färben. Kennt jeder aus der berühmten schwarzen Limonade. Aber auch viele, viele andere Lebensmittel werden eingefärbt. Und das meistens mit Zuckercouleur. Und den werden wir jetzt herstellen. Für Zuckercouleur braucht man nur handelsüblichen Zucker und das Natron als Bräunungsbeschleuniger. Dazu kommt noch Essig. Kohlsucht. 2,5 Millionen sind abhängig. Also die Abhängigkeit erkennt man da dran, dass es einem immer schwerer fällt, auf diese Substanz oder diese Einnahme, diesen Konsum zu verzichten. Das merkt man selber. Oder man wird von anderen darauf hingewiesen, dass man zu unüblichen Zeiten konsumiert, dass man viel mehr konsumiert, als man früher konsumiert hat. Dass man, wenn man nicht konsumiert, unwirscht, zerknirscht, gereizt wird und den Konsum sozusagen wieder braucht. Bernd Reinhardt hat drei gescheiterte Entziehungskuren hinter sich. Erst eine Selbsthilfegruppe bringt die Wende. Seit 13 Jahren ist er nun trocken. Ich war sehr vorurteilsbeladen Selbsthilfegruppen gegenüber. Ich habe das nur so aus den Filmen gekannt. In Amerika, da sitzen dann die Leute. Und ich fand das eigentlich eher almernd. Und das hat mir das Leben gerettet. Horst Arnold hat den Weg aus der Sucht ohne fremde Hilfe geschafft. Als er erkennt, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat und seine Karriere auf dem Spiel steht, zieht er die Notbremse, bekönnt sich öffentlich zu dieser Krankheit. Es ist bei mir ohne Therapie gegangen, weil ich mal davon ausgehe, dass der Grad der Krankheit nicht so massiv war und aber auch der persönliche Willen so stark ausgeprägt war, das entsprechend wirklich umzulegen und anders zu machen. Bis dorthin waren viele Prozesse im Laufen. Diskussionen, kritische Situationen auch im privaten Umfeld. Für beide Männer stand viel auf dem Spiel. Der Alkohol hätte fast alles zerstört. Aber sie haben es geschafft, trinken nun keinen Tropfen mehr. Unter den 18- bis 64-jährigen Deutschen sind 1,3 Millionen alkoholabhängig. Weitere 2 Millionen trinken Bier, Wein und Schnaps in gesundheitsschädlicher Menge. Experten schätzen, dass insgesamt 10 Millionen Deutsche durch Alkohol gefährdet sind. Bundesweite Aufklärungskampagnen sollen daher über die Gefahren von Alkohol informieren. Motto? Je früher, desto besser. Na aber, Moment mal. Ist Cocktailmixen eine gute Idee, um Jugendliche vom Alkohol abzuhalten? Klar, denn Kevin und seine Freunde mixen nur Cocktails ohne Alkohol. Das ist eine Virgin-Conada. Das ist die alkoholfreie Version von der Pinakonada. Und wie kommen Kevins Cocktails an? Nicht schmecken. Es geht aber nicht nur ums Cocktailmixen. Wir wollen eigentlich Jugendliche darauf ansprechen, dass Alkohol mehr oder weniger schlecht ist. Wir wollen, weil Jugendliche ja auch mehr auf Jugendliche hören, anstatt auf Erwachsene. Deshalb klären Kevin und seine Freunde die anderen Jugendlichen über die Gefahren von Alkohol auf. Bei den Vorbereitungen dazu hat Kevin auch selbst noch viel gelernt. Weil ich am erschreckendsten fand, wenn man wirklich zu viel Alkohol trinkt, dass dann der komplette Körper geschädigt wird. Nicht nur die Leber und das Gehirn. Wie viel Promille sind drei Bier? Das wird Dr. Florian Mayer jetzt für uns messen. Als Notfallmediziner ist er spezialisiert auf die Wirkung von Alkohol. Wie fühlt es euch? Ganz gut. Ganz gut? Ganz gut. Als erstes ist Nora dran. Dr. Mayer misst den Promillewert in der Atemluft. Mal zwei gerechnet, entspricht das dem Promillewert im Blut. Das wären 0,92 Promille. Okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so viel ist. Nach drei Bier, also... Ja. Knapp ein Promille nach drei Bier. Und das, obwohl im Bier doch eigentlich nur 5% Alkohol sind. Bier hat halt relativ wenig Alkohol mit seiner 5%. Andere Getränke wie Wein mit 10% oder dann Schnaps mit 40% haben einfach eine deutlich höhere Alkoholkonzentration. Aber Alkohol ist Alkohol. Und es kommt einfach wirklich nur auf die Menge drauf an. Bier wird in der Regel in größeren Mengen als Wein getrunken. In ein Bierglas passt ein halber Liter. In ein Weinglas nur 0,2. In beiden stecken jeweils 20 Gramm Alkohol. Drei Bier hört sich nicht viel an, entspricht aber 60 Gramm reinen Alkohols. Macht sich das bei Noras Fahrvermögen bemerkbar? Eindeutig mutiger. Nora war sicher, den Slalom auch mit drei Bierintus sicher fahren zu können. Das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich steigt schon bei einem Promillewert von 0,8 das Unfallrisiko ums Vierfache. Alex und Tobias haben nur ein Drittel der Promillezahl von Nora, obwohl alle gleich viel getrunken haben. 0,17, das macht also 0,34 Promille. Oh, wie gemein. Dank ihres Gewichts und ihrer Körpergröße haben die Männer deutlich weniger Promille als Nora. Aber auch sie haben 60 Gramm Alkohol im Blut. Auch mit nur 0,3 Promille fährt Alex unkonzentriert. Was vorher noch leicht ging, ist mit drei Bier auch für ihn eine Herausforderung. Das wär's gewesen. Boom! Fuck. Jetzt hat er so den klassischen Überraschungsmoment mit erlebt. Kommt's vollkommen unerwartet und überraschend, bleibt er letzten Endes auch hier auf der Strecke. Mit der Halskette hat einen Strohhalm, Schwester Kaolin nicht. Die Frage, wird man mit Strohhalm schneller betrunken? Die Zwillinge spüren nach dem Cocktail ein Glücksgefühl. Kein Wunder, mit dem Alkohol gelangen auch Endorphine ins Blut. Nach einer halben Stunde wird gemessen. Annabelle, die mit Strohhalm getrunken hat, beginnt. 0,92 Promille, gut 0,8 mehr als vor dem Cocktail. Bei Caroline ist der Anstieg fast der gleiche. Strohhalm oder nicht, das macht keinen Unterschied. Klar ist, die Partylaune steigt ab jetzt immer mehr. Und bei einem Pegel von fast einem Promille verändert sich noch anderes. Man sieht plötzlich verschwommen und schwankt. Eine Spezialbrille simuliert diesen Ein-Promille-Blick. Die Gründe, das Gleichgewichtsgefühl lässt deutlich nach. Bewegungsabläufe und Koordinationsvermögen sind gestört. Auch das Gesichtsfeld und das Sehvermögen sind eingeschränkt. Umso sinnvoller, dass Autofahren schon ab 0,5 Promille bei uns verboten ist. Trotzdem schätzen viele ihre Fahrtüchtigkeit falsch ein. Ob da eine ordentliche Grundlage helfen könnte, den Alkoholpegel zu senken? Das soll nun mit den Zwillingen getestet werden. Vorher müssen beide nochmal pusten. Wenn du ja mehr Alkohol hattest jetzt vom Messen her, bekommst deine Schwester den Salat. Und du darfst dir den Burger schmecken lassen. Annabelle freut sich. Kein Wunder, Alkohol entzieht dem Körper Wasser und damit Salz. Und das macht Lust auf stark gewürztes Fastfood. Wieder ist es Zeit für eine Messung. Der Pegel sinkt bei beiden gleich. Auf den schon getrunkenen Alkohol scheint das Essen also keine Auswirkungen zu haben. Doch die Nacht geht ja noch weiter. Vorhang auf für den Gin Tonic. Ein klassischer Longdrink. Alkoholgehalt pro Glas etwa 10,5 Prozent. Allmählich kann es kritisch werden. Ab 1,5 Promille ist der Rausch schon stark spürbar. Der Schwindel wird stärker, später Drohnerbrechen und Kontrollverlust. Umso erstaunlicher die Regelung zum Fahrradfahren bei uns in Deutschland. Bis zu 1,6 Promille gehen Radler straffrei aus, solange sie keinen Unfall bauen. Doch mit einer so hohen Konzentration an Alkohol im Blut kann eigentlich niemand mehr sicher auf zwei Rädern unterwegs sein. Zurück im Klopf. Die Zwillinge genießen ihren Gin Tonic. Stellt sich nun die Frage nach der Essensgrundlage. Eine halbe Stunde später wird gemessen. Tatsächlich scheint das fette Essen bei Annabelle gewirkt zu haben. Ihr Wert ist sogar niedriger als nach dem Cocktail. Und bei ihrer Schwester? Glaubt ihr, höher? Caroline liegt richtig. Sie hat knapp 0,25 Promille mehr. Villanova ist fasziniert von diesem Stoff. Denn er hat nicht nur eine heilende, sondern auch eine keimtötende und sogar eine konservierende Wirkung. Anfangs wird die Essenz nur von Ärzten und Apothekern eingesetzt. Meist äußerlich. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein sind Spirituosen kein Genussmittel. Bei den meisten zumindest. Man kann aus allem möglichen Hochprozentiges herstellen. Aus Trauben und Obst, Getreide, Kartoffeln, ja sogar Kräuter. Wenn alles vergoren ist, einfach ab in die Destille. Ich brenne mir hier einen Krappan. Was so kompliziert aussieht, ist im Prinzip ein ganz einfaches Verfahren, bei dem über Erhitzen verschiedene Flüssigkeiten voneinander getrennt werden. Und dann entsteht Alkohol. Nur der Zweck dieses Gebräus, der hat sich heute geändert. Früher wurde Alkohol nach seiner medizinischen Bedeutung benannt. Aquavitae, Lebenswasser. Auch die Franzosen haben ihre Obstbrände, Odewie, genannt. Das Schnapsbrennen mag Europa vom Spanier Villanova gelernt haben. Aber die Franzosen sind es, die auf die Idee kommen, ein Essen mit einem Glas Hochprozentigem zu beginnen. Revolutionäre ringen hier Ende des 18. Jahrhunderts die Privilegien des Adels nieder. Der Bourgeois, der Bürger, aber auch das einfache Volk können nach der Französischen Revolution ebenfalls feudale Gelage abhalten. In Paris wird eine neue Verwaltung eingeführt. Ein anderer Rhythmus beherrscht nun den Tag. Der Bürger arbeitet bis in den frühen Abend und verschiebt so die Hauptmahlzeit vom vorrevolutionären Mittagessen zum nachrevolutionären Abendessen. Nach Büroschluss und vor der Abendmahlzeit geht man ins Café auf einen Aperitif. Diese Zeit wird zur Stunde Hochmut zu tun gehabt. Dass ich gedacht habe, ich kann alles schaffen und immer noch einen draufsetzen. Ich denke, dass ich 1997, 1998 wusste, ich bin Alkoholiker. Aber es immer noch nicht wahrhaben wollte. In Deutschland sterben jährlich 74.000 Menschen an den Folgen der Alkoholsucht. 2,5 Millionen sind abhängig. Also die Abhängigkeit erkennt man daran, dass es einem immer schwerer fällt, auf diese Substanz oder diese Einnahme, diesen Konsum zu verzichten. Das merkt man selber. Oder man wird von anderen darauf hingewiesen, dass man zu unüblichen Zeiten konsumiert, dass man viel mehr konsumiert, als man früher konsumiert hat. Dass man, wenn man nicht konsumiert, unwirscht, zerknirscht, gereizt wird und den Konsum sozusagen wieder braucht. Bernd Trenhardt hat drei gescheiterte Entziehungskuren hinter sich. Erst eine Selbsthilfegruppe bringt die Wende. Seit 13 Jahren ist er nun trocken. Und ich war sehr vorurteilsbeladen, Selbsthilfegruppen gegenüber. Ich habe das nur so aus den Filmen gekannt in Amerika, da sitzen dann die Leute. Und ich fand das eigentlich eher Alkoholiker und das hat mir das Leben gewendet. Horst Arnold hat den Weg aus der Sucht ohne fremde Hilfe geschafft. Als er erkennt, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat und seine Karriere auf dem Spiel steht, zieht er die Notbremse, bekönnt sich öffentlich zu dieser Krankheit. Es ist bei mir ohne Therapie gegangen, weil ich mal davon ausgehe, dass der Grad der Krankheit nicht so massiv war. Und aber auch der persönliche Willen so stark ausgeprägt war, das entsprechend wirklich umzulegen und anders zu machen. Bis dorthin waren viele Prozesse im Laufen. Diskussionen, ja, kritische Situationen auch im privaten Umfeld. Für beide Männer stand viel auf dem Spiel. Der Alkohol hätte fast alles zerstört. Aber sie haben es geschafft, trinken nun keinen Tropfen mehr. Unter den 18- bis 64-jährigen Deutschen sind 1,3 Millionen alkoholabhängig. Weitere 2 Millionen trinken Bier, Wein und Schnaps in gesundheitsschädlicher Menge. Experten schätzen, dass insgesamt 10 Millionen Deutsche durch Alkohol gefährdet sind. Bundesweite Aufklärungskampagnen sollen daher über die Gefahren von Alkohol informieren. Motto? Je früher, desto besser. Na aber Moment mal. Ist Cocktailmixen eine gute Idee, um Jugendliche vom Alkohol abzuhalten? Klar, denn Kevin und seine Freunde mixen nur Cocktails ohne Alkohol. Das ist eine Virgin Colada. Das ist die alkoholfreie Version von der Pina Colada. Und wie kommen Kevins Cocktails an? Ich schmecke es. Alkoholfreie. Süßlich, weil er Zucker reingemacht würde. Es geht aber nicht nur ums Cocktailmixen. Wir wollen eigentlich Jugendliche darauf ansprechen, dass Alkohol mehr oder weniger schlecht ist. In meinem Fall hat es sicher auch etwas mit Hochmut zu tun gehabt. Dass ich gedacht habe, ich kann alles schaffen und immer noch einen draufsetzen. Ich denke, dass ich 1997, 1998 wusste, ich bin Alkoholiker. Aber es immer noch nicht wahrhaben wollte. In Deutschland sterben jährlich 74.000 Menschen an den Folgen der Alkoholsucht. 2,5 Millionen sind abhängig. Die Abhängigkeit erkennt man daran, dass es einem immer schwerer fällt, auf diese Substanz oder diese Einnahme, diesen Konsum zu verzichten. Das merkt man selber. Oder man wird von anderen darauf hingewiesen, dass man zu unüblichen Zeiten konsumiert, dass man viel mehr konsumiert, als man früher konsumiert hat. Dass man, wenn man nicht konsumiert, unwirscht, zerknirscht, gereizt wird und den Konsum sozusagen wieder braucht. Bernd Trenhardt hat drei gescheiterte Entziehungskuren hinter sich. Erst eine Selbsthilfegruppe bringt die Wende. Seit 13 Jahren ist er nun trocken. Ich war sehr vorurteilsbeladen Selbsthilfegruppen gegenüber. Ich habe das nur so aus den Filmen gekannt. In Amerika, da sitzen dann die Leute. Und ich fand das eigentlich eher Alkoholiker. Und das hat mir das Leben gewendet. Horst Arnold hat den Weg aus der Sucht ohne fremde Hilfe geschafft. Als er erkennt, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hat und seine Karriere auf dem Spiel steht, zieht er die Notbremse, bekönnt sich öffentlich zu dieser Krankheit. Es ist bei mir ohne Therapie gegangen, weil ich mal davon ausgehe, dass der Grad der Krankheit nicht so massiv war. Und aber auch der persönliche Willen so stark ausgeprägt war, das entsprechend wirklich umzulegen und anders zu machen. Bis dorthin waren viele Prozesse im Laufen. Diskussionen, ja, kritische Situationen auch im privaten Umfeld. Für beide Männer stand viel auf dem Spiel. Der Alkohol hätte fast alles zerstört. Aber sie haben es geschafft, trinken nun keinen Tropfen mehr. Unter den 18- bis 64-jährigen Deutschen sind 1,3 Millionen alkoholabhängig. Weitere 2 Millionen trinken Bier, Wein und Schnaps in gesundheitsschädlicher Menge. Experten schätzen, dass insgesamt 10 Millionen Deutsche durch Alkohol gefährdet sind. Bundesweite Aufklärungskampagnen sollen daher über die Gefahren von Alkohol informieren. Motto? Je früher, desto besser. Na aber Moment mal. Ist Cocktailmixen eine gute Idee, um Jugendliche vom Alkohol abzuhalten? Klar, denn Kevin und seine Freunde mixen nur Cocktails ohne Alkohol. Das ist eine Virgin-Colada. Das ist die alkoholfreie Version von einer Pinakonada. Und wie kommen Kevins Cocktails an? Ich schmecke es. Alkoholfreie. Süßlich, weil er Zucker reingemacht würde. Es geht aber nicht nur ums Cocktailmixen. Wir wollen eigentlich Jugendliche darauf ansprechen, dass Alkohol mehr oder weniger schlecht ist. Ob Pastis oder Campari, Wermut oder Sherry, der Aperitif hat die Gaumen der ganzen Welt erobert. Der Aperitif aus Frankreich, das Bier aus Deutschland. Alkohol ist weltweit beliebt. Auch Mischgetränke wie Cocktails. In einem Hotel in Dubai wird übrigens angeblich der teuerste Cocktail der Welt serviert. Knapp 5000 Euro kostet das Edelgetränk. Gemixt unter anderem aus über 50 Jahre altem Whisky und Maracuja-Zucker. Aber ganz gleich, ob Edelcocktail, Aperitif oder Billigbier. Alkohol wirkt sich je nach Menge und Qualität auf unseren Körper aus. Was also passiert bei wie viel Promille? Das wollen wir mit diesen beiden herausfinden. Annabelle und Caroline sind ein-eiige Zwillinge. Ideal für den Test geeignet. Dass alles im guten Rahmen bleibt, darauf achtet Sanitäter Tom. Er hat erstmal heißen Glühwein umgefüllt und ihn abkühlen lassen. Jetzt weist er die beiden ein. Wir sind hier heute, um Alkoholmüten zu testen. Haben wir hier das Gerät, womit wir euren Atem Alkohol messen. Denn die Zwillinge nehmen an einem Versuch teil, der testen soll, was bei wie viel Promille passiert. Für die exakte Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist eins besonders wichtig. Und was habt ihr heute gegessen? Ungefähr das gleiche, damit die Grundlagen stimmen? Ja, wir essen eigentlich immer das gleiche. Steht im Versuch also nicht zum Weg. Erster Test. Wirkt warmer Alkohol wirklich schneller als kalter? Dazu gibt es heißen und kalten Glühwein. Beide haben mit 10% den exakt gleichen Alkoholgehalt. Status. Die Zeit läuft. Jeder Trinkzyklus soll etwa eine Stunde dauern. In dieser Zeit wird Tom immer wieder den Pegel kontrollieren. Uiuiui. Ich merke es auf jeden Fall. Bei Annabelle zeigt sich die erste Wirkung. Circa 30 Minuten nach dem Trinken ist der Alkoholpegel am höchsten. Jetzt wird gemessen. Als erstes pustet Annabelle. 0,15 Promille. Nun ist Schwester Caroline dran. Sie hatte nur den kalten Glühwein. 0,14. Kaum ein Unterschied. Obwohl es oft heißt, dass durch den warmen Glühwein die Magendurchblutung angeregt wird, was die Alkoholaufnahme ins Blut fördert. Zu den anderen Tests geht es in einen Club mitten in Berlin. Annabelle und Caroline sind gut drauf. Ihr Pegel liegt noch unter 0,3 Promille. Die meisten empfinden diesen Zustand als sehr angenehm. Auf die beiden wartet nun ein Mai-Thai gemixt aus Rum, Brandy, Ananassaft und Mandelsirup. Alkoholgehalt um die 25 Prozent. Getrunken wird aber unterschiedlich. Annabelle mit der Halskette hat einen Strohhalm. Schwester Caroline nicht. Die Frage, wird man mit Strohhalm schneller betrunken? Die Zwillinge spüren nach dem Cocktail ein Glücksgefühl. Kein Wunder, mit dem Alkohol gelangen auch Endorphine ins Blut. Nach einer halben Stunde wird gemessen. Annabelle ist... Umso erstaunlicher die Regelung zum Fahrradfahren bei uns in Deutschland. Bis zu 1,6 Promille gehen Radler straffrei aus, solange sie keinen Unfall bauen. Doch mit einer so hohen Konzentration an Alkohol im Blut kann eigentlich niemand mehr sicher auf zwei Rädern unterwegs sein. Zurück im Club. Die Zwillinge genießen ihren Gin Tonic. stellt sich nun die Frage nach der Essensgrundlage. Eine halbe Stunde später wird gemessen. Tatsächlich scheint das fette Essen bei Annabelle gewirkt zu haben. Ihr Wert ist sogar niedriger als nach dem Cocktail. Und bei ihrer Schwester? Glaubt ihr, höher? Caroline liegt richtig. Sie hat knapp 0,25 Promille mehr als ihre Schwester. Um erst gar nicht so betrunken zu werden, trickst sich mancher ganz bewusst selbst aus. Ab und zu mal ein Drink, aber zu Nissen, Wasser ist super. Jetzt soll Caroline einfach mal probieren, ob Wasser auch nachträglich helfen kann. So unwahrscheinlich das ist. Einige Zeit später. Im Vergleich zu ihrer Schwester, die zuvor sehr fett gegessen hat, zeigt das Messgerät bei Caroline jetzt nach wie vor mehr an. Dein Wege ist jetzt nur noch ein bisschen höher. Und ich würde sagen, geh einfach mal ein bisschen kassen. Dass nämlich Bewegung hilft, den Alkohol irgendwie zu verbrennen und etwas nüchterner zu werden, ist eine weit verbreitete Ansicht. Zeit für die letzte Messung an diesem Abend. Für Caroline kein gutes Ergebnis. Selbst nach dem Wasser und nach dem Tanzen fühle ich mich immer noch sehr betrunken. Und jetzt ist auch genug. Zudem hat die Müdigkeit die beiden Zwillinge eingeholt. Dafür heißt das Rezept Schlafen. Aber auf keinen Fall Autofahren. Denn fast 14.000 Unfälle passieren unter Alkoholeinfluss in Deutschland jedes Jahr. 2014 sind dabei 314 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem junge Autofahrer unterschätzen die Wirkung von Alkohol und überschätzen sich damit selbst. Wie viel Bier ist fürs Autofahren unbedenklich? Ab wann leiden Reaktionsvermögen und Konzentration? Und vertragen manche wirklich mehr als andere? Ja, wir testen eigentlich erst einmal so die klassische Variante, die wir immer beim Autofahren haben. Das ist mal nur lenken. Und wir werden dazu einen kleinen Salon-Parcours mitnutzen. Und schauen dann auch das Reaktionsvermögen der Teilnehmer einfach mal an. Indem wir sie wirklich mal reagieren lassen auf ein Auftretendes Hindernis. Ohne dass wir vorher dazu aber eigentlich was sagen. Unsere drei Tester sind Nora, 22, Alex, 26 und Tobias, 19. Als junge Erwachsene gehören sie zu der Zielgruppe, die von den Brauereien besonders stark umworben wird. Unseren Parcours fahren sie zuerst nüchtern. Oh!